Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute ist ein Riesentag für mich. Heute hole ich mein neues Baby ab, mein neues Auto. Und jetzt gehen wir mal zu Markus und verkabeln ihn und dann geht's los. Ich habe so oft ein Auto von euch gehabt, sei es Presseauto, egal was. Und ich kam immer wieder nach einer Woche oder nach drei Drehtagen, fünf Drehtagen, kam ich immer wieder nach Hause und meinte, eigentlich ein geiles Auto. Das hast du schon immer gesagt. Ja, ich weiß. Natürlich sagst du es mir immer als einer der Top-Wendtwee-Verkäufer. Aber eine Sache sage ich euch noch, bevor wir das Auto abdecken. Ich kann es kaum mehr abwarten. Das Auto bleibt nicht so, wie es jetzt hier aussieht. Es wird minimal ein bisschen bei Car-Rap. Ihr wisst ja, ich habe eine Folierungsfirma, jetzt mal ohne Werbung. Es wird ein bisschen verändert. Draußen habt ihr allgemein drei Farben. Dann habt ihr da so einen Crazy Color wie der Gold, 8000, 9000 Euro für einen Sonderlack. Orange Flame, Camry & Grey, Jetstream 2 Blau. Also wir sind da selber immer ein bisschen farbenfroh, weil wenn man reinkommt, dann sind es nur silberne und schwarze Autos, wie es in der Vergangenheit war. Ja, ja. Kundschaft ist auch jünger geworden. Stimmt. Kundschaft ist jünger geworden und hat ganz klar auf mich gezeigt. Genau. Aber mit 29 gönne ich mir jetzt mal einen Bentley. Ja, genau. Vor 30 muss es sein. Aber es ist echt tatsächlich. Ich meine, iCrimax, Max, wenn du uns zuschaust, lass mal einen Kommentar da. Der fährt auch einen Continental GTC. Weiß ich doch meinen Sohn. Ein großer Fan von dir. Genau, genau. Jetzt kann ich es kaum mehr abwarten. Wir decken dieses Auto jetzt ab, zeigen jetzt das Auto und dann fahren wir eine Runde. Das machen wir. Das machen wir. Komm. Eins, zwei, drei. Alter Schwede. Ich finde die Farbe mega cool. Die Farbe ist Portofino Blue. Was ich ändern werde, werdet ihr demnächst sehen. Vielleicht kommt eine Folge noch. Aber trotzdem finde ich die Außenfarbe so genial und ich habe selten ein GT in der Farbe gesehen. Stimmt, gibt es auch selten. Und das ist halt Plastik, weil es nicht anders dürfte. Ja, ja. Gewichtsgründe natürlich und für Fußgänger natürlich als Schutz natürlich auch. Jetzt gehen wir mal zur Innenausstattung, weil die Innenausstattung ist richtig crazy. Wir haben zwei Farben. Imperial Blue und Saddle. Und diese Farbkombination innen finde ich mega, weil das ist Blue, also ist ganz dunkle Blau. Könnte auch schwarz sein, aber es ist trotzdem dunkelblau. Dann natürlich mein Lieblingswort, wisst ihr, Kontrast-Ditching in Saddle? Eine Raute. Ja. Also ein Diamond von dem Sitz hat über 720 Nadelstiche. Wie dünn muss der Faden sein? Wie dünn muss die Nadel sein? Krass. Um das Leder nicht so zu perforieren, dass es durchreißt. Also das ist ganz großes Kino, was die da machen. Wahnsinn. Zum ersten Mal, dass ich so viel Holz in einem Auto habe. Weißt du, warum ich mich gegen Piano entschieden habe, Piano Black, weil A sehr empfindlich und B ich wollte was klassisches drin haben. Und solange es Holz gibt, weil Piano Black bekommt man bei jedem Hersteller, aber diese Holzgeschichten, das ist wirklich ein Steckenpferd von Bentley eben, eben das Holz und das Leder und da sind die wirklich top. Wie viele Rinder sind hier im Auto? Also in einem Coupé mit Leder-Innenhimmel, so wie es der hier auch hat. Ja sicher, ja sicher. Es sind zwischen 12 und 14 Bullen. Es wird nur Bullenleder verbaut. Bullenleder. Und das Ganze nur von der Flanke, also nichts vom Rückenteil, nichts von der Schulter, nichts von der Hüfte, sondern wirklich, dass man überall die gleiche Lederdicke hat und wo ein Knochen ist und sich das Leder bewegt, verhält sich dann das Leder auch anders im Innenraum. So, ich setze dich mal einmal rein. Du kannst das Auto mega sportlich fahren, du kannst das Auto aber auch total easy und elegant fahren. Wenn du im Normal-B-Modus, also im Bentley-Modus bist, hört das Auto auch kaum einer. Bis im Sport-Modus ist das Auto ein bisschen agiler, trotzdem bleibt es ein elegantes Auto, trotzdem bleibt es ein 12-Zylinder, was du fährst. Natürlich ist der V8S agiler und sportlicher, aber ich finde, wenn Bentley, dann 12. Egal wie man es nutzt, ob man jetzt im Cruising-Modus, man ist immer ausreichend motorisiert. Zwei Sachen, die mir extremst wichtig waren, war die neue Sound-Anlage. Die ist genial. Und natürlich mein Rotation-Display. Die Serie kostet um die 5.500 Euro extra, circa. Aber bevor das Bentley überhaupt sozusagen an den Endverbraucher verkaufen konnte, haben sie mehrere Millionen Euro investiert. Wie viele, habt ihr jetzt genau Zeit, zwei Minuten einzutippen, wie viele Millionen Euro das waren. Ich bin mal gespannt. Und ich finde die Farbkombination mega cool. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann erzähle ich euch demnächst, wenn ich bei Carrip bin, was ich damit vorhabe. Auch wegen dieser Linie bin ich mehr der Coupé-Fan, weil ich einfach finde, dass das einfach das Auto ausmacht. Dieses einerseits Bullige, aber auch Sportliche. Diese hohe Hüfte. Genau, genau, genau. Das ist ganz wichtig. Und das Ganze fällt mir bei den Cabrio oder bei den GTC sozusagen weg. Und deswegen liebe ich es echt, wenn das Auto so als Coupé hier steht. Mega. Ihr wisst, ich bin immer bisher in der G-Klasse gefahren. Immer, immer als Daily-Auto. So, und jetzt habe ich mal geswitcht auf den Bentley. Ich habe schon mal gesagt, das ist heilbar. Da bleibt auch nichts. Okay, dann let's go. Lass uns die Runde fahren. Ich habe ja eben die Frage gestellt gehabt, was das an Forschung gekostet hat, bis Bentley das sozusagen angeboten hat für schlappe 5.500 Euro, was du dazu bestellen kannst. Da ist einmal Außentemperaturanzeige drin, einmal analog und ganz klein digital. Dann Kompass, natürlich analog. Und dann Stoppuhr. Bis Bentley diesen Rotation-Display auf den Markt gebracht hat, dass man es bestellen kann, haben die 20 Millionen Euro, bis sie soweit waren und gesagt haben, jetzt ist es soweit. Jetzt können wir es offiziell anbieten und jetzt können die Kunden das anklicken, wenn sie es möchten. Es ist ein Rotation-Display, das heißt, wir haben hier einmal, wenn wir fahren, die Option, das Ganze hier steril zu haben. Wenn wir aber trotzdem unser Navi uns anschauen möchten, haben wir hier einmal die Option im Tacho. Und natürlich, wenn wir unser Navi anhaben, haben wir auch ein Head-Up-Display, wo wir uns das Ganze anschauen können. Auch im Wiederverkauf auch sehr wichtig. Ja, ja, ganz wichtig. Würdest du das Auto, so wie es jetzt konfiguriert ist, von mir wieder zurückkaufen, so in zwei, drei Jahren? Jederzeit, ne? Dann haben wir noch die belüfteten Sitze. Ich könnte alles auch über meinen Touchscreen bedienen, aber ich habe hier überall Schnelltasten. Sitzheizung, belüftete Sitze, meine Lüftung einstellen, Lüftung wo, also oben, unten und so weiter, kann ich alles hier ganz schnell einstellen. Das finde ich mega cool. Auch mit meinen lieben Kollegen Matthias haben wir so oft immer dieses Auto getestet. Gegen BMW, gegen Mercedes, keine Ahnung, gegen allen möglichen Marken. Und immer wieder saßen wir abends und meinten, Alter, das ist eigentlich ein kompaktes, ein fertiges Auto. Fertiges Auto meine ich, das Auto bietet dir eigentlich alles an, was du brauchst. Komplett. Das bieten halt extrem wenige. Mit dem Allrad, mit dem Platz 4,4. Winterräder kannst du durchfahren. Ausreichend Kofferraum. Absolut. Ein bisschen so die eierlegende Wollmilchsau. Absolut, ja genau. Und das Ganze ist natürlich, auch wenn du lange Strecken fährst, jetzt Hamburg-München, ist es überhaupt kein Thema. Das Auto ist extrem cool gemacht für Langstreckenlaufen. Und den aller, aller, aller ersten Bentley hatte ich 2008 als Speed. Dann kam das neue Modell und dann habe ich da noch einen Schwarz-Schwarz geholt. Dann habe ich mit 2013 noch einen GTC geholt und da habe ich einen Riesenfehler gemacht. Da blenden wir euch mal ein Bild ein. Da habe ich einfach gesagt, du, ich möchte so Eierschalen-Weiß. Dann hieß es, nimm doch Magnolia-Weiß. Ich so, okay, wenn du das sagst, dann mache ich das. Und dann kam das Auto und ich dachte, ich stehe vor dem Taxi. Echt jetzt ohne Schalte? Ich dachte, ich stehe vor dem Taxi. So, und dann war das geilste. Meine Werkstattleiterin hat mich damals zum Hamburger Flughafen gebracht. Ich steige aus. Da steigt eine ein. Und dann dachte ich, dass es ein Taxi ist. Dann habe ich sofort das Auto umfoliert. Aber ich habe das Auto extrem schnell verkauft. Und zwar nach Frankreich. In Frankreich ist das wohl eine beliebte Farbe, Magnolia-Weiß. Weil da sind die Taxen ja nicht in der Farbe. So, jetzt kommen wir noch mal zu... Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt, aber ich bin so happy, endlich mal ein anderes Auto, wo ich jetzt auch weiß, dass es mein Auto ist. Das passt ja gut zu dir. Das sagt er zu jedem Kunden einfach. Hast du jemals schon mal zu einem Kunden gesagt? Ne, komm, lass uns zurückfahren, das Auto steht dir nicht. Selten. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und zwölf Zylinder wird das definitiv eingestellt. Das ist jetzt dann vorbei, ja. Das ist sehr, sehr schade. Es wurden ja von dem Motor, von dem W12, wurden 200.000 Stück gebaut. Ah, okay. Hört sich jetzt extrem viel an. Aber man muss wissen, der ist im Audi A8 verbaut worden. Der ist in mehrere VWs verbaut worden und über 20 Jahre in Bentleys. Also in diesem Motor gibt es seit 20 Jahren im Coupé und natürlich im Kleinsberg auch. Also insgesamt 200.000 Motoren? Insgesamt von diesem W12 sind 200.000 Stück gebaut worden. Das ist auch ein ziemlich alter Motor. Ja, wird natürlich immer wieder mit Zylinderabschaltung, wird schon immer wieder aufgefrischt. Wenn du im normalen Stadtverkehr fährst, du den eigentlich als Sechszylinder. Nur du hörst es, du spürst es, du fühlst es. Das ist nicht an der Tanknadel. Da siehst du das. Also bei der G-Klasse zeigt er dir dann an. Er hat auch eine Zylinderabschaltung und dann zeigt er dir an, dass du jetzt nur noch mit 4 Zylinder fährst, weil er 8 Zylinder hat. Das sind halt 4 zu wenig. Und was er auch hat, das merkt man auf der Autobahn. Man fährt, man geht minimal vom Gas und dann schaut man auf ein Drehzahlmesser und dann fällt die Nadel in den Keller. Okay. Das heißt, der koppelt Motor vom Getriebe ab und der Pendle, das weiß man natürlich auch, ist jetzt nicht unbedingt das Leichtbauauto. Aber natürlich jetzt in Aluminium komplett, nicht mehr wie früher in Stahl. Und da nutzt er natürlich sein Gewicht, um zu rollen. Und in dem Cruise-Modus, wenn man da ein bisschen vom Gas geht, dann koppelt der Motor vom Getriebe ab. Und im Stadtverkehr dann nur als Sechszylinder. Und es ist nicht mehr so, dass die da mordsmäßig Pfützen an Sprit wegsaufen, sondern das ist wirklich, man kommt da echt gut hin. Ja, definitiv, ja klar. Wie lange bist du ein Verkäufer? Bei Bentley jetzt seit 5 Jahren und vorher war ich 15 Jahre lang Pferdehändler. Pferdehändler, Ferrari, nicht Pferde. Das muss man auch nochmal sagen. Hier wird maximal wenig Kunststoff verbaut. Es ist einfach alles hier Naturprodukte, wenn man so will, mit Holz und Leder und wie auch immer. Und ich finde, es klingt im ersten Moment ein bisschen banal und komisch, aber ich finde, dass das ein wahnsinnig nachhaltiges Auto ist. Da hast du recht. Es wird immer ein Bentley bleiben. Irgendwann mal bekommt das Auto H-Kennzeichen, dann hat er noch Liebhaber und so weiter. In dem Auto steckt ja extrem viel deutsches Engineering. Die Karosserie zum Beispiel, die kommt nicht aus England, die kommt aus dem Porsche-Berg in Leipzig. Weil wenn man sich den Kotflügel von dem Auto anschaut, der beginnt am Kühlergrill und endet hier an der A-Säule. So ein Teil mit einer normalen Blechpresse, nicht machbar. Weil die Wandstärke muss überall die gleiche sein. Wenn man halt so ein Blech pressen würde, dann wäre das einfach zu dünn und an anderen Stellen zu dick. Und darum wird das Superforming-Verfahren aus dem Flugzeugbau verwendet oder angewandt, wo man überall die gleiche Materialstärke hat. Und das können die in England nicht. Das kann Porsche besser. Darum wird diese Karosserie im Porsche-Werk in Leipzig gebaut. Okay. Ach krass. Dann wird es rübergeschickt nach Crew und dann wird es zusammengebaut. Und jetzt kommen wir zum Thema Crew. Wir werden auf jeden Fall eine Werksversichtigung durchführen. Das heißt, wir werden uns Bentley-Werk in Crew anschauen. Das ist von Manchester ungefähr eine halbe Stunde entfernt. Und da bin ich echt gespannt. Da nehme ich euch gerne mit. Und dann gucken wir mal, wie so ein Auto produziert wird, oder? Klar. Das ist geil. Ich war ja auch mal, ich war schon mal in Crew und da gibt es ja auch erstmal, geht man durch ein Museum. Seht ihr die Museumsautos? Und da habe ich ja so viel schon dazugelernt. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Auto. Die werden ja inzwischen relativ hoch gehandelt. Ich möchte jetzt keine Preise nennen, nichts, aber die 12 Zylinder werden schon gut gehandelt gerade. Ja, es ist schon vorgekommen, dass ich einem Kunden vor eineinhalb, zwei Jahren ein Auto verkauft habe, das er bei mir natürlich nicht in Zahlung geben konnte, weil er woanders den Einkaufspreis von ihm nicht kannte, hat er mehr bekommen, als er bei mir vor eineinhalb, zwei Jahren bezahlt hat dafür. Und das gab es bei Bentley noch nie. Ich war noch nie Fan eigentlich von drinnen blau, war ich noch nicht, aber es wirkt ganz anders. Und dann natürlich durch unser Kontrast-Stitching mit Saddle wirkt das sehr, sehr elegant. Und Saddle und Holz, die Kombination, es ist nicht zu bunt. Es ist fast die gleiche Farbe. Das finde ich mega cool. Es gibt so viele schöne Details. Oder beim Türöffner, wenn man den Finger hier reinsteckt, steht ihm kein Introspekt nirgends. Sogar da ist dieser Rautenschliff innen drin. Ja, genau. Das wusste ich gar nicht. Das wird nicht beworben, aber das gehört da dazu. Genau. Und dann habe ich ja hier überall meine Rauten. Ich schraube mal eins schnell raus. Das macht ja immer der liebe Matthias so gerne, um zu sehen. Das ist pur. Das ist kein Plastik. Das ist kein Plastik. Das ist pur. Und das ist genial. Also, man hört das auch so richtig. Das sind so Kleinigkeiten, die ja so ein Luxusauto für mich ausmachen. Lamborghini Urus zum Beispiel. Der hat eigentlich fast das gleiche Lenkrad. Nur, dass beim Lamborghini der teurer ist als dieses Auto hier. Aber am Lenkrad, die Rädchen, die sind schön aus schwarzem Plastik. Plastik, fantastisch. Und das ist hier gefrästes Edelstahl. Jemand kleiner ist wie ich. Der kann sich jetzt ein bisschen nach vorne holen. Das hast du ganz dezent ausgedrückt, Markus. Wie groß bist du? 1,89. 1,89. Mein Gott, wie ist die Luft da oben? Ja, dünn, dünn, sehr dünn. Sehr geil. Aber auch hier mein Himmel. Mega verarbeitet. Alles schön mit Leder. Dann im Imperial Blue. Sehr, sehr klassisch. Filigran. Dann habe ich hier mein Homelink drin. Drei verschiedene Programmtasten, die ich programmieren kann. Garage zum Beispiel. Tor vorne. Egal, was brauche ich nur noch hier draufdrücken. Ich habe nie kapiert, wie das geht. Es hat auch noch nie so richtig bei einem Auto bei mir funktioniert. Ich weiß nicht, ob es dieses Auto so in der Kombination ein zweites Mal gibt. Ich glaube nicht. Markus, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr, das ist mein neues Auto. Ich fahre den neuen Bentley Continental GT. Zwölfzylinder und ich würde sagen volle Hütte bis auf Keramik und Stylingpaket. Habe ich alles hier reingehauen und ich freue mich riesig. Demnächst, ich lasse jetzt Markus hier raus, fahre weiter und zwar zu CarRap und dann lasst euch überraschen. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Servus euch.